den schwenk von der inneren zur äußeren schönheit können wir unter anderem über das aura reading lernen und erfahren was es damit auf sich hat und noch eine kleine live vorführung seht ihr heute bei einer neuen ausgabe von time of change punkt tv ich bedanke mich jetzt schon fürs einschalten und heiße euch herzlich willkommen ja liebe linda knab auch herzlich willkommen und ein großes dankeschön an dich dass du heute da bist ja danke für die einladung gerne sehr gerne bei so einer interessanten persönlichkeit musste ich dich einfach einladen du hast mir in einem vorgespräch erzählt du hast dieses jahr dein 25 jähriges jubiläum mit deiner praxis als naturheilpraktikerin das ist schon ein maßstab den kann sich nicht jeder auf die stirn schreiben schön kannst du uns vielleicht einmal einen kleinen einblick darin geben wie du denn über den schwenk vom naturheilpraktiker zu unserem großen thema heute das aura reading gekommen bist ja gerne ich habe angefangen vor 25 jahren mit dem klassischen thema der naturheilpraxis wo die themen wie blutegeltherapie eigenbluttherapie homöopathie chiropraktik alles was so klassisch die naturheilkunde verkörpert habe ich alles gelernt ich bin von grund auf ein sehr neugieriger menschen habe sehr viele therapien angeschaut auch die chinesische medizin weil ich einfach verstehen wollte den ursprung der medizin die kommt ja aus der naturheilkunde und dann einfach was ist meines wo stehe ich dahinter zu 100 prozent das ist mir ganz wichtig und so habe ich angefangen ganz klassisch vor 25 jahren auch gleich mit sehr viel erfolg mit freude so und dann kam für mich irgendwann die frage ja warum hat er denn die allergie warum hat er dieses rheumatische bild was will ihm die krankheit sagen und dann kam die suche dann kam so mein pioniergeist ich kann es ja phytotherapeutisch homöopathisch auch die krankheiten natürlich sozusagen heilen oder vielleicht auch mal unterdrücken die schulmedizin macht ja allgemein nur die symptombehandlung und habe ich gedacht das kann es auch nicht sein wieso hat der rheuma warum die allergie warum den hexenschuss regelmäßig und dann bin ich weitergegangen so als forscherin und dann kam ich auf das thema aura was geht über dieses system mensch hinaus ein energiefeld und das energiefeld um uns herum die aura ist speicher speicher für informationen informationen wo man von kindern mitbringt also schon über die geburt auch anlagen auch über die epigenetik kann man das heute feststellen dass wir ja viel in der dna schon gespeichert haben und natürlich auch erziehungsmuster und natürlich auch verhaltensmuster wie lebt dieser lebt wirklich seine berufung ist einer glücklichen beziehung all diese themen haben einfluss auf den körper körper geist und seele im einklang dann hat auch der mensch die chance gesund zu bleiben und da ging es dann los dass ich mich jetzt bestimmt seit über zehn bis 15 jahren mit dem thema aura auseinandersetze viele ausbildungen habe ich gemacht viele verschiedene ansätze habe ich angeschaut und inzwischen habe ich meine eigene art des aura readings entwickelt ich glaube nach 25 jahren in deiner praxis und nach fast 40 jahren in der forschung zum mensch und zu unserem menschlichen bewusstsein hast du einige menschen gesehen aber und kannst auf einen tiefen weisheitsschatz zurückgreifen ist dir denn eine aura schon zweimal begegnet oder ist es immer etwas ganz besonderes für einen menschen also du meintest dass ein mensch zweimal zu mir kam mit der aura oder dass die art der aura sich zum beispiel schon mal sehr geähnelt hat oder sind die immer sehr unterschiedlich immer unterschiedlich immer unterschiedlich jedes ist individuell in seinem sein ich schaue ja auch nicht nur dieses jetzige leben an ich schaue das auch an was derjenige als seelen aspekt mitgebracht hat in dieses leben und da ist jeder einzigartig jeder jeder von uns das ist ganz spannend jetzt war ja die welt vor 25 jahren zum beispiel noch eine andere das sind gerade die themen aufgekommen wie persönlichkeitsentwicklung was könnte denn vielleicht auch mit unserer gesundheit zum thema geist zusammenhängen mit unseren gefühlen und 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 wie war denn damals der einstieg für dich als bestimmt eine der ersten in dem bereich ja für mich war das einfach faszinierend über meine hellsichtigkeit ich bin von kindern hellsichtig also haben talent mitgebracht auf diese erde habe immer schon mehr wahrgenommen habe vor über 20 jahren angefangen über das mentaltraining über astralreisen über luzides träumen mich auseinanderzusetzen mit dem feinstofflichen auch mit der parapsychologie und da habe ich dann erkannt dass ich einfach mehr wahrnehmen kann wie normal und habe mich damit sehr beschäftigt und habe natürlich durch sehr viel training sehr viel üben sehr viel ausbildung sozusagen durchgeführt ja und dann kann mich immer mehr rein auch den mut zu haben das was ich sehe auch auszusprechen das ist ja der nächste schritt man nimmt was war und dann traut muss ich am anfang noch nicht so aber dann mit der zeit die erfahrung der erfolg die praxis gibt einem auch dann den mut zu sagen ich kenne dich nicht und sage dir jetzt einfach mal was ich in deiner aura wahrnehme was hast du mitgebracht was ist der sinn deines lebens was hat die menschheit davon dass es dich gibt warum bist du denn hier das ist nämlich ein punkt den du gerade ansprichst den ich früher für mich persönlich immer als sehr schwierig empfunden habe und zwar wenn ich die aura oder ein energiefeld ist glaube ich auch ein anderes wort dafür eines menschen zum beispiel sehe mir selbst überhaupt die wahrnehmung zuzuschreiben dass ich sage ich bin richtig oder dass ich sage ich kann es denn auch wirklich es ist ja ein bereich wo wir menschen uns ausprobieren müssen es ist ja nicht so wie eins plus eins dass wir ein lehrer haben der sagt zwei und das stimmt sondern das ist ja auch was sehr persönliches genau wie hast du denn das geschafft dieses vertrauen darin aufzubauen dass du sagst ich kann wirklich sehr präzise darin lesen also wirklich sehr sehr viel geübt ich war aber in pascal vorgenhob an der ausbildung ich war in england habe mich als medium ausbilden lassen da kommt auch klassisch dieses thema spiritualität aura reading und auch jenseits kontakte wird da sehr stark ist das sehr präsent in england also ich habe wirklich sehr viel geübt beispiel habe ich ganz früher meine buchhalterin her genommen habe sagst jetzt du mal her ich weiß jetzt nichts von deinen verstorbenen oder so und habe da einfach gesagt ich nehme das und das war eine freie minute und je mehr du dann ja bekommst ja stimmt ja stimmt je mutiger wirst du dann im aussprechen übung ist wirklich übung das heißt sehr viel üben also ermutigst du unsere zuschauer auch dran zu bleiben ja weil es kann eigentlich jeder wenn du jetzt irgendwo einen menschen kennenlernst abends und dann beispielsweise eine partnerin hey das ist ein bisschen seltsam irgendwas ist da nicht in ordnung und du sagst verläuft oh ne das ist doch okay und dann stellt sich zum abend raus dass er doch eine eigenart hat wo irgendwie seltsam für diesen abend im gespräch oder so und dann sagt eine hat eine freundin so dir siehst du ich habe gleich gespürt der hat doch was da ist was nicht ganz normal wir spüren alle die aura unser unterbewusstsein nimmt pro sekunde circa elf millionen einheiten war jeder von uns wir kommen wohin in raum oder in eine veranstaltung und spüren oder und fühlen mein gefühl mein bauchgefühl jeder nimmt mit dem anderen kontakt auf unterbewusst mit der aura jeder gibt es die aura nur bei menschen ja beim tier auch jeder gegenstand hat eine aura weil alles energie ist in der heutigen zeit kann man das wissenschaftlich ja auch beweisen quantenphysik sagt es ja auch was da kann man heute sehen dass alles energie ist und so kann man überall eine aura wahrnehmen beim tier und bei der pflanze ich denke da sind wir stark im wissen der neuen zeit ja stark im wissen dass unser weltbild erweitert über ich sage mal die feinstoffliche ebene und da jetzt zu erfahren dass auch tiere das war mir persönlich klar wusste ich auch pflanzen zum beispiel aber auch räume ja umgebungen oder vielleicht eine eine idee die ich habe in meinem leben eine aura haben könnten ist für mich neu und finde ich sehr interessant ist ja das energie zum beispiel wenn man ein haus kaufen möchte und man kommt also ein haus rein in diesem haus wird wurde sehr viel gestritten vielleicht kam sogar einer ums leben also wirklich sehr viel negative energie du kommst in dieses haus rein und sagst warum das haus hat eine schöne einrichtung das gefällt mir vom schnitt her und alles von der architektur aber irgendwas ist ja komisch und das sind dann diese energie wo in diesem haus noch gespeichert sind das ist oft dieses berühmte schlechte bauchgefühl ja das wir haben genau also das hat ja jeder ja und bis zum dritten lebensjahr sind die kinder oft sehr hellsichtig wo sie dann imaginäre freunde haben wo sie dann irgendwie in die gegend reinschauen bla 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 und so und die eltern nehmen das gar nicht veräumt da finde ich ist der schlimmste satz den du in dem moment zu einem kind sagen kannst du hast dir das alles doch nur einen angebildet genau ein bisschen räum oder so genau damit nehme ich doch dem kind die möglichkeit diese erfahrungen auch in seinem weiteren leben ebenfalls zu machen weil als kind sage ich jetzt natürlich ja wenn meine eltern das sagen ja dann muss das falsch sein ja klar das kind ist abhängig von den aussagen der eltern ich sage immer wir kommen als rohr diamant auf die welt mit unserem gaben mit unseren talenten ganz das alles da und dann kommt die erziehung man weiß ja auch bis zum circa siebten lebensjahr dass man zu 95 prozent geprägt wird von den aussagen der eltern erziehungsmuster verhaltensmuster kindergarten und dann denkt das kind nachher so tickt die welt weil die eltern das so ausgesprochen haben jetzt habe ich eingangs ja erwähnt von der inneren zur äußeren schönheit ja und das habe ich aus einem ganz bestimmten grund gemacht und zwar hatten wir in unserem vorgespräch auch gemeinsam das thema du als kosmetikerin in der deine ich würde es nennen früheren leben genau das richtig ja da hast du dich quasi um die äußere schönheit genannt genau gekümmert also ich hatte ich hatte medizinische kosmetik ausbildung also medizin hat mich immer schon interessiert und da ging es um das dass ich dann patienter mit atmen mit hautkrankheiten dann tolle kosmetik kannst du verkaufen du kannst ja viel versprechen du kannst auch von außen zum teil beruhigen heilen da war mir aber wieder klar es kommt ja von innen und das war dann der schritt damals die ausbildung zur heilpraktikerin das war dann der anfang mehr an die ganzheitlichkeit zu gehen ja dann hat die reise zu dem inneren schönen auch begonnen jetzt wäre es für mich mal interessant in welchen verschiedenen bereichen du denn das aura reading hineinbringen kannst um auch die innere schönheit zu fördern genau ich nehme immer diese fünf lebensthemen man kann dann in der aura ist es für mich so aufgeteilt da schaue ich zuerst mal rein in den ursprung an diese archaischen felder welche talente bringst du mit für deine berufung für deine bestimmung da habe ich mich auch darauf qualifiziert dann kommt dieses thema natürlich schon die der werdegang die kindheit wie sieht es aus mit erziehungsmuster verhaltensmuster blockaden ängste konflikte minderwert dass du dein sein gar nicht leben kannst weil du blockiert bist ein ganz wichtiger punkt in der aura das zu erkennen und dann auch zu lösen dann kommt das thema natürlich auch partnerschaft familie wo sind menschen in der familie wo mir guttun wo nicht ist die beziehung ideal ist die beziehung zum scheitern verurteilt was sind vier blockaden mit die eigene kinder warum habe ich da eine blockade auch das kann man sehen und habe ich das thema gesundheit wie es schon am anfang gesagt haben mir ganz wichtig warum diese krankheit was will die allergie dir sagen was will diese unverträglichkeit jetzt sagen und auch das weltliche thema der finanzen ohne geld nichts los also das heißt auch wieso geht mir das geld zwischen den finger immer weg und ich kann es nicht halten nicht da ein mangel habe ich da ein minderwert also diese fünf lebensthemen sind da ganz wichtige punkte in der aura und diese spiegeln sich auch eins zu eins in der aura ja kann man dann schon schauen das ist natürlich alles sehr komplex alles mit einem vernetzt oder und dann immer da länger dran ist so ein aura reading macht eine stunde anderthalb stunden hat man mal die hauptthemen und dann kann wir dann je nach thema auch tiefer reingehen sehr interessant jetzt habe ich ja angekündigt wir werden uns dieses einmal live ansehen wie du eine aura analyse machst dazu habe ich mich bereit erklärt gerne als deine testperson jetzt hier auch die bühne bieten zu können bevor wir aber darin einsteigen wie kommt denn jetzt ein jemand zu dir mit einer bestimmten frage mit einem problem oder wie stellt er sich vor bei dir was möchte er also grundsätzlich ist so jetzt recht bekannt schon wenn wir das aura reading und die wissen ja das steht auch zum teil geschrieben dass ich gar nichts wissen möchte ich möchte einfach ganz ohne gedanken sein das geht ja nicht über den kopf über den denker das geht über die intuition über die hellsinne wie ich wahrnehme das heißt die meisten kommen zu mir einfach neugierig und schauen und sagen du schau mich mal an und sind dann schon ein bisschen nervös und aufgeregt was ich da so sehe und ich habe für mich ein system entwickelt ich fange gern im seelen aspekt an das heißt dann meistens sage ich du wenn du zu dir selber sagst ich besitze diesen körper ich besitze diesen verstand diese persönlichkeit wer ist denn dieses ich man sagt es so labida ich besitze diesen körper was ist denn da in dir drin so geht es dann los dass man mal erkennt das ist ja eigentlich sind wir ja keine menschen wir sind tödliche wesen wo in diesem körper eine menschliche erfahrung machen sozusagen die schule des lebens hier besuchen und unsere zeit abgeschlossen ist geht es wieder zurück in die geistige welt und dann fange ich gern an einem seelen aspekt was hast du mitgebracht von sage ich mal von früheren leben und das ist immer so meine basis und wie gesagt ich kann das ja nicht wirklich beweisen aber wenn ich dann die seelen aspekte anschaue so wie es im vorgespräch gesagt habe wie bei dir was ich da wahrnehmen mit diesem krieger und dann kann ich das dann reflektieren mit der kindheit da sieht man dann die synchronität das was ich mitgebracht habe dass ich dann automatisch wo rein geboren werde wo diese themen wieder auf den tisch kommen das ist ganz spannend sehr spannend noch spannender ist dass du mir einen hinweis gegeben hast den ich bis jetzt noch nie über mich gehört habe gerade zum thema der krieger genau weil das gerade angesprochen hat genau wenn mich menschen jetzt kennen dann wissen sie natürlich dass ich nach vorne geht dass ich verfechter einer gewissen neuen welt bin die ich mir für uns menschen wünsche dass ich aber auch derjenige bin der sich bewusst ist dass durch nichts nichts kommt also trifft es der krieger schon sehr deutlich aber viele mit denen ich im vorfeld gesprochen habe sagten immer ich bin der krieger der über allem steht und dann hat es aber geendet also sie sagten nur diese eine kleine bezeichnung über mich und sind aber dann nicht in die tiefe gegangen und ich war im endeffekt noch verwirrter du hast es ganz anders gemacht genau ich habe den krieger also das symbolisch für mich oder von einem früheren leben mitgebracht in dir es gibt für mich immer diesen krieger wo an der front ist sozusagen wo sage jetzt mal über leichen geht tötet und dann dementsprechend da wirklich recht im ego ist und dann gibt es den krieger im hintergrund wo frauen kinder verwundete beschützt und versorgt und pflegt und dieser krieger wird nie groß gesehen der krieger vorne an der der front wird gefeiert wenn er so und so viele menschen theoretisch umgebracht hat also alles symbolisch oder und dein krieger in dir wo du mitgebracht hast ist sehr in diesem minderwert nicht gesehen er ist er sogar selbst zerstören also du hast auch die gabe in dir auf du musst auf dich aufpassen dass du dich nicht verlierst man kann auch den schlecht nein sagen man hat das gefühl man muss allen helfen man muss für alle da sein und das ist bei dir schon ausgeprägt das ist ein gewisses minderwertigkeitsgefühl wo man mitbringt als kind schon und dann ist meistens die kindheit schon ein kampf da kommt schon der krieger dann zum vorschein ungerechtigkeit man fühlt sich nicht gesehen nicht dazugehörig nicht wirklich wertgeschätzt und es spiegelt sich in deiner kindheit in der aura ganz klar das kann ich sehen heute verstehe ich es natürlich besser ja klar aber in dem moment in dem wir uns immer befinden dort gibt es ja kein morgen und kein gestern und ein schlauer satz den ich mir oft gerne zu herzen nehme sagt aus wir leben unser leben stets vorwärts aber verstehen können wir es nur rückwärts genau inwieweit hilft mir denn jetzt diese erkenntnis zu meinem leben und die potenziale die noch in mir schlummern genau potenziale habe ich dir auch ein paar gesagt schon gestern das heißt dieser minderwert wo noch von der seelischen aspekte in dir ist noch mal aktiviert durch die kindheit der muss neutralisiert werden der darf raus damit du in deine wertigkeit kommst und dadurch auch in deine dein potenzial in deine talente lebst oder deine berufung habe ich jetzt den minderwert noch unterbewusst strahle ich den aus werde ich immer wieder kampf situationen anziehen wo ich minderwertig behandelt werde alles was ich unterbewusst ausstrahle kommt auch wieder in mein leben und das habe ich dir gestern erklärt mit da wenn man auf der autobahn fährt oder ich sehe das leben immer wie so auf der autobahn man kann rechts fahren gemütlich man kann mal auf den parkplatz gehen kaffeepause man kann auch links durchstarten oder sich verheizen und ab und zu kann auch mal ein geisterfahrer kommen und das war das was ich gestern zu dir gesagt habe dass ab und zu mal geisterfahrer noch auf deiner bahn zu sehen sind und so lange ich noch was unterbewusst ausstrahle wo die blockaden anziehen das muss aufgelöst werden damit hast du mir ein aha moment wirklich gegeben schlüsselmoment in meinem leben mit so manchen dingen mit denen ich einfach immer gehadert habe kennst du sowas ja kenne ich auch wo man einfach sagt mensch verflixt warum oder warum immer ich warum immer diese gleiche situation muss muss ich mich verändern mache ich etwas falsch genau man fragt sich ja selber weil du bist denn friedens mensch eigentlich du bist ja gar nicht darauf aus für kampf und und konflikte oder aber immer wieder kommst in diese konfliktsituation rein weil es unter anderem ein landfeld ist für dieses leben rauszukommen das hat ja mit ego zu tun mit minderwert ich muss mich immer zeigen ich muss mich beweisen und das aufzulösen dann gehst du viel leichter das leben du bleibst oben in der spirale mit gelassenheit leichtigkeit lässt die leute reden das ist ein landfeld ich finde ich tue mir jetzt leichter mit diesem umstand jetzt auch in frieden zu gehen genau in frieden genau in frieden zu gehen und zu sagen passt genau das annehmen das ist auch in der epigenetik wunderbar zu sehen gewisse felder sind einfach unsere themen sind auch traumas und solche themen das annehmen akzeptieren gibt schon ganz großer weg zur heilung mir fällt gerade etwas ein bist du etwas offen für spontane ideen experiment natürlich bin im offen lass uns mal abchecken ob das überhaupt gehen würde könntest du auch von einer gewissen gruppe menschen aus dem seelenfeld oder aus der seele etwas oder aus der aura etwas lesen geht das dann würde ich sagen nehmen wir doch mal unsere tollen zuschauer als diese gruppe der menschen und magst du vielleicht mal schauen was du in der aura alle der menschen die uns zu sehen oder hören gerade siehst was ich gerade sehe ist da was ich wahrnehme natürlich das thema der neugierde der offenheit das ist sehr global natürlich geredet aber auch eine gewisse kritische ebene nämlich war gibt es das wirklich man man die menschen sind noch vorsichtig das nehme ich auch war wenn ich so rein spüren weil es ist nicht greifbar und was nicht greifbar ist für unseren verstand noch schwer zu akzeptieren aber ich merke auch die offenheit die offenheit die mente die zeit ist reif man hört zu man sagt okay was ist da was das geht was über unser system hinaus es gibt noch nicht diesen körper es gibt noch nicht mein haus es gibt mehr und die offenheit und die neugierde überwiegt in eurem sender schön schön hast du vielleicht einen tipp den du den unseren zuschauern jetzt wieder auf den weg geben kannst was in ihrem leben gerade wichtig ist die reise nach innen nicht dem außen verharren durch die viele eindrücke der medien alles was auf uns jeden tag einströmt weniger medien weniger fernseher natürlich nicht diesen sender das ist ein sender wo das bewusstsein erweitert aber ansonsten schaut euch genau an mit was ihr euch umgebt mit welchen menschen mit welchen dingen alles was euch nicht gut tut meiden geht nur mit menschen und dingen in resonanz was dir gut tut wo du dich weiterentwickeln kannst wo du dich wohlfühlst und hat sehr viel mit der reise nach innen zu tun nach innen zu schauen ist wichtiger wie im außen sich ablenken zu lassen und im außen zu suchen ich sage immer die reise nach innen ob es jetzt berufung ist partnerschaft gesundheit finanzen spiritualität es hat immer mit der reise nach innen zu tun ist so mein mein meine ansage an auch die zuschauer genau vielen dank liebe linda dass du dich darauf eingelassen hast ja und auch diese möglichkeit gegeben hast dort uns jetzt mal einen einblick darin zu verschaffen nehmen wir vielleicht einmal am anfang den einen satz raus wurde gesagt hast viele menschen sind der sache noch etwas skeptisch gegenübergestellt woher kommt denn die skepsis ich würde schon auch sagen von erziehungs mustern oder glaub nur das was du siehst oder hier der tisch und dessen des und alles andere was mich immer wundert man redet immer von körper geist und seele in jedem wellness hotel oder in jedem naturladen tee für körper geist und seele körper ist immer ganz normal bei geist und seele kriegen die menschen aber auch angst es ist auch beim aura reading öfters zu sehen dass manche impuls haben von über 100 vor lauter aufregung man hat angst vor diesem nicht greifbaren und aber noch mal die zeit ändert sich es wird es die quantenphysik kann es beweisen es gibt jetzt gott sei dank langsam wissenschaftliche studien man kann es auch beweisen indem man wahrnimmt wo ich ja gar nicht wissen kann vom verstand her oder also die menschheit öffnet sich seit letzten zehn bis fünf jahren ist ein riesen wandel zu spüren und ja es wird zeit über den teller anzuschauen es gibt nicht nur das was mit dem bloßen auge zu sehen das sind nur so acht prozent was wir wahrnehmen und ein prozent nehmen richtig war was ist mit den restlichen 92 prozent da sollten wir uns mal öffnen für diese unsichtbare welt dann ist ja die aura der perfekte weg um dort einzusteigen genau genau weil eine aura besitzt jeder mensch jedes tier jedes vorhaben jede räumlichkeit jedes material also sie umgibt uns inwiefern beeinflusst denn meine aura jetzt deine oder andersrum ja unsere aura sind in verbindung wir sind verbunden miteinander und was du jetzt ausstrahlst kommt ja zu mir so haben wir auch gegenseitig natürlich ein fluss von den energien her du hast eine sehr offene sympathische art was mich anspricht was mich auch öffnet und sympathisch zu dir macht wärst du jetzt nicht so drauf wäre ich jetzt auch nicht so drauf also das ist schon die resonanz das ist resonanz was ich aussende kommt wieder zurück also du sagst quasi wir haben hier ein weiteres werkzeug eine weitere möglichkeit um auf unsere mitmenschen aber auch auf unsere umwelt besser zu reagieren absolut gehe ich lachen durchs leben werde ich auch angelacht gehe ich kriessgrämmig durchs leben lacht mich keiner an was ich aussende resonanz gesetzt ursachen wirkung da fällt mir der spruch jeder ist seines glückes eigener schmied ein genau genau passt was will ich denn von den anderen erwarten wenn ich jetzt selber in meiner auge zeige oder genau und man mag das jetzt auch in den medien das thema manifestieren wird immer stärker auch jetzt auf den punkt gebracht dass unsere gedanken plus gefühle nicht nur gedanken sondern die gefühle dass die auch unser leben zum teil wirklich erschaffen also ich kann mit meinen gedanken mein leben gestalten natürlich sind auch schicksalshafte situationen wo dann das ganze mal unterbrechen können weil wir ja auch hier zum lernen sind wir sind hier auf dieser erde zur schule des lebens wenn es uns nur gut gehen würde würde man das gar nicht mehr wertschätzen das leben ist dualität das heißt borg und tal daher immer hell und dunkel polarität ist ganz wichtig zu wissen aber inzwischen wird es auch mehr verkörpert im außen dass wir mit unserem sein wirklich einfluss haben auf das was wir dann auch erleben also eine spannende zeit ist es öffnet sich wirklich überall das schön du sagst du liest die aura aura reading bedeutet auf deutsch ja aura lesen ist es wie ein offenes buch oder wie machst du das wahrscheinlich wie ein offenes buch wir sind gläsern also wir können eigentlich auch nichts verstecken und aura lesen heißt also nicht nur farben sehen aura reading heißt ja oft farben da gibt es ja die kameras wo so das esoterische erst will verkörpern aber in der aura kann ich einfach energie wahrnehmen informationen bekommen von deinem leben jetzt wie gesagt was du mitgebracht hast was in dir vor geht es ist alles energie gedanken wie gesagt erschaffen ja materialisieren sich wenn ich jetzt mir vorstelle ich möchte ein haus bauen oder dann habe ich das erstmal im kopf und irgendwann kommt es aufs blatt und irgendwann baue ich dieses haus so wissen wir dass unsere gedanken mit der zeit sich materialisieren je nachdem wie es ausrichte und so kann ich in der energie in der aura informationen bekommen indem ich die die emotionen wahrnehmen da bekomme ich innere bilder oder bekomme auch eingebungen als ich habe da für mich eine ganz spezielle technik entwickelt wo ich informationen kriege auf allen ebenen über symbole über eingebungen über gefühle alle hellsinne kann man da benutzen zum aura lesen und diese eindrücke interpretierst du jetzt genau ich kriege dann ich arbeite sehr symbolisch sehr sehr bildhaft dass man auch nichts notieren muss dass man auch nicht irgendwie das aufnehmen muss dass man wirklich nachher das in sich hat und kann sich da auch immer gut erinnern das ist so meine eigene sprache wie ich das so für mich entwickelt habe und das kommt da nicht ganz gut rüber ja welche menschen haben denn erfahrungsgemäß jetzt interesse an ihrer eigenen aura spreche anzwischen auch nicht alles an mein jüngster patient oder klient war neun da hat sich doch hat wissen wollen was in seiner aura zu sehen ist und sonst kommen sehr viele jugendliche inzwischen wegen sinn des lebens berufung und dann auch natürlich beziehungsthemen kommen viele also ich das älteste wo ich aura reden gemacht habe über 80 eine patientin von mir jung jedes alter jede berufsklasse inzwischen haben schon bewirtschaftsprüfer angerufen oder architekten also nicht nur der esoterische tipp oder der spirituelle mensch nicht es gehört einfach dazu sondern auch die menschen die sehr sage ich mal faktisch genau jetzt auf unsere welt blicken analytisch ja danke genau genau und das ist das schöne das zeigt auch dass sich das ganze jetzt ändert es ist nicht nur früher schublade esoterik und budo zauber und so ist vorbei und das bestätigt auch einfach die nachfrage und darum ist mir sehr wichtig was ich im vorgespräch auch gesagt habe ist das wissen weiterzugeben ich möchte auch menschen ausbilder mit meiner technik im aura reading dass es noch mehr lernen weil ich habe so viel ausbildung gemacht und so viel auch geld investiert meine ausbildung machen naja aber zum schluss hat es mich jetzt zu dem gemacht was ich jetzt selber erarbeitet habe und dessen wissen möchte ich auch weitergeben dass es noch mehr menschen machen nicht nur ich schön was muss denn ein mensch mitbringen um das bei dir zu lernen ganz wichtig er darf lernen hier abzuschalten weil übersehen übers hören normal kann ich keine aura lesen da sehe ich einfach eine person wo ich mir was vorstellen könnte wie du tippst das heißt verstand abschalten fühlen spüren wahrnehmen schnee kunst auch aber ist ganz wichtig fürs eigene auch weil der denker kann nur das denken was er erlernt hat was er erzogen wie erzogen wurde es geht überhaupt aufs gefühl zu hören oder bei der berufswahl wie fühlt sich das an in der liebe geht mehr aufs gefühl das heißt er sollte wirklich lernen abzuschalten weil über das aura reading geht es geht immer nur das gefühl es geht über das gefühl und über die wahrnehmung und der eine hat mehr talent der andere weniger aber am schluss kann es jeder und das heißt natürlich auch disziplin zum üben es ist eine übung sei wie mit allem seinen eigenen umgang damit zu finden genau genau aber ich denke dieses thema wird die nächsten jahre und jahrzehnte extrem wichtig absolut wir menschen merken dass wir mehr als unsere herkömmlichen sinne haben um etwas wahrzunehmen um uns aber auch mit zu teilen genau genau und raus zu gehen das ist ein ratio das ist einfach der falsche weg der ratio brauchen wir ich weiß die herdplatte ist heiß ich weiß die ampel ist rot stop da brauchen wir den ratio aber berufung sinn des lebens gesundheit partnerwahl das geht ja alles über das gefühl also da da kommt die antwort hier drin kriege ich für jede frage die antwort die menschen sollten wieder zurück zum ursprung das ist mein wunsch und mein tun also du sagst wir menschen tragen die antworten auf unsere fragen bereits in genau ja und das sagst du ihnen ja oder ich führe sie selber hin kann ich das auch bei mir selber machen ja ich biete auch workshops an wo man das land die reise zu sich selber ich führe dann in das thema der berufung oder in das thema der beziehung hat an der aura über ein bisschen seinen platz und dann ist mir schon wichtig dass man da nicht kommt hier linda anrufen und ich soll alles sagen nein 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 ich helfe blockaden zu lösen dass man dann land auch sich wieder selber zu spüren weil es kann ja nicht sein dass man von jemand abhängig ist das geht gar nicht es geht um das wieder sich selber wahrzunehmen sich zu vertrauen dem bauchgefühl und daher muss man auch weg von dem außen von den vielen medien wo uns den ganzen geist verwirren es gibt gute informationen im außen aber es gibt auch sehr viel was unsere junge geister vor allem ist auch wichtig die junge menschen abzuholen jetzt die junge menschen den weg zu zeigen zum melden der wald von informationen ist ja riesengroß da weiß ja keiner mehr was er lernen soll berufsausbildung und so gerade im berufswahl ist ganz wichtig zum schauen was hast du für talent in der aura wo wo kommt begeisterung wo kommt freude und da muss man hinschauen nicht wo kommt das große geld das geld kommt von ganz alleine wenn ich in der berufung bin und freude habe wenn mein beruf zum hobby wird dann arbeite ich gerne dann werde ich spezialist dann bin ich werde ich der beste in diesem bereich dann kommt der geldfluss in wie weit ist es denn jetzt wirklich sinnvoll uns selbst aus unserer aura etwas rauszulesen weil ich meine wir sind ja diejenigen die uns am besten kennen und nicht jeder gedanke den wir und über uns denken muss ja immer stimmen machen wir uns vielleicht manchmal auch etwas vor ist es vielleicht nicht wirklich besser dass jetzt von einem außen übernehmen zu lassen genau also was mir immer wichtig ist wenn ich ich will ja nichts wissen wenn ich es auch ein ding mache ganz neutral bin wie gesagt dann kommt am schluss immer an ich diese aussage von den meisten ich fühle mich bestätigt und das gibt sicherheit das ist nämlich das schöne im auhranen in dem ich nichts weiß als fremde person dir deine blockaden zeigt eine talente zeige und einen weg und alles was dazugehört und ganz oft muss ich hören jetzt fühle mich bestätigt also sprich ich bleibe mir treu weil oft fragt man den partner oder die freundin und die freundin sagt nee macht es nicht und ich möchte es auch nicht machen und dann kommt dann mehr selbstvertrauen selbstsicherheit auf die hat es bei mir in der aura gesehen und dann mache ich jetzt doch das ist nämlich auch die kunst fürs aura reden mir selbstbewusstsein für die eigene innere stimme wieder zu geben wie das bauchgefühl sozusagen wenn ich jetzt zu hause sitze nach diesem interview auf der couch und bedenke jetzt nehme ich mal meinen freund meine freundin meine familie oder meine katze vielleicht den augenschein hast du einen tipp wie ich jetzt zu hause bereits beginnen kann aus der aura dort etwas herauszulesen genau indem du dich einfach verbindest kannst du auch mal ein bild noch hernehmen ein foto verbindlichen einfach mal diese an diese person denkst und es kommt ein gefühl es kommt einfach ein ganz neutrales gefühl und das gefühl zu analysieren und da mal vielleicht nur mal notizen machen und dann wieder mit den notizen dich zu verbinden so einfach die emotion was kommt hochkommen lassen und dann für dich selber zu analysieren nicht gleich sagen nach direkt mich doch jetzt gerade auf so 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 und das geht immer auch ich beschreibe immer das auch gern als tipp wenn man gerade einen konflikt hat oder so gerade im ego ist gerade mit der partnerin oder so dann sage ich immer geh mal raus von deinem system sitzt im theater auf die zuschauer tribüne schau auf die bühne seh dich seh deine partnerin und seh den konflikt von außen an dann bekommt kommt kommt auch eine emotion auf einmal ach so schlimm ist doch gar nicht ich liebe die doch warum streiten wir jetzt darum raus zu gehen aus dem ego je mehr ich aus dem ego raus gehe aus dem denker so ratio desto mehr ins gefühl und dann kommt die aura dann kommt die kommen die impulse oben abschalten also aura reading hilft uns auch eine gewisse neue beobachter position jetzt einzunehmen ja genau von außen anzuschauen also ich schaue ja die menschen von außen an zu somit denjenigen dann auch bestätigen oder auch sozusagen neue ausrichtung geben für seine thematiken für seine probleme und gleichzeitig durch das aura reading kann er ja dann nachher feststellen war ich mir da schon sicher bin ich da auf dem richtigen weg und dadurch noch mal das selbstvertrauen ich glaube die bestätigung ist für uns menschen ganz ganz wichtig genau das ist ganz wichtig wie ich eingangs schon gesagt habe wir tragen ja viele antworten oder nahezu alle antworten wir tragen alles in uns ist wahnsinnig ja in uns wir lassen uns aber im außen ganz aktoren inzwischen durch die viele informationsflut das ist das kann unser geist alles gar nicht verarbeiten was wir alles von außen zugeführt bekommen inzwischen gerade auf die medien und dann kommt halt was ganz thema ist was ich in meiner praxis sehe der vergleich man vergleicht sich immer ich möchte doch so gern ich hätte doch wie er und man lässt sich blenden instagram die reels und so nur schön und reich und toll und schön und reich und das tut unsere junge geister vor allem nicht gut aber die ältere generation lässt sich auch beeinflussen habe ich auch schon festgestellt nicht nur die jungen also macht mir da keinen unterschied würdest du sagen die jüngere generation hat dazu jetzt einen besseren zugang als vielleicht noch die ältere gibt es sowas ja ich würde sagen unsere kinder sind jetzt schon da offen weil wir eltern unsere kinder ja schon anders erzogen haben wie ich bin ja die generation noch so streng katholisch und nur so also oje und unsere kinder sind ja jetzt schon viel offener mit der mit der spirit spiritualität aufgewachsen mit bewusstsein wenn ich sehe jetzt wie auch meine tochter damit ihre freundinnen redet über verstorbenen in der geistigen welt und so so hätte mir in diesem alter nie geredet hilfe das wäre unvorstellbar gewesen auf jeden fall haben sie leichter und natürlich sind auch sehr viele interessante themen im internet zu sehen wenn sie das schon was da auch die menschheit bewegt also es gibt natürlich auch sehr viele interessante berichte über bewusstsein wird manifestieren über die geistige welt also die neue generation hat es da schon einfacher was jetzt nach uns kommt auf jeden fall die weg begleiter sind wir jetzt so sehe ich mich als auch weg begleiter für die junge generation also wir sind weg begleiter mitgestalter dieser neuen zeit und die wird genau über diese themen ablaufen absolut kommt ja dass die neue zeit kommt ja über den tellerrand rauszuschauen und und die offenheit ist auch da weil unsere kinder haben eine ganz andere ausgangssituation die junge generation jetzt und wir wurden ja noch ganz anders die erziehungsmuster sind einfach anders und die erziehungsmuster haben uns natürlich das ganze noch ein bisschen erschwert muss man sich richtig freischaufeln ich habe mich da auch freigeschaufelt von den erziehungsmustern hast du das wort persönlichkeitsentwicklung mal durch den kopf gehen genau persönlichkeitsentwicklung also wenn wir es wieder schaffen unsere persönlichkeit dort zu entwickeln bekommen wir einen noch besseren zugang zu diesem thema zu diesem thema das uns überall begleitet die aura wunderschönes thema wiederum aber auch können wir unsere aura mehr erstrahlen lassen wenn wir persönlich entwickelter sind hat es damit was zu tun ja das ist auch ein elektromagnetisches feld das kann man ja inzwischen messen da gibt es eine emotionale spirale unten ganz unten ist die angst die ohnmacht die wut die sorgen die die ja die trauer ganz oben ist die freude die leichtigkeit die liebe die freiheit die dankbarkeit die 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 gedanken haben eine schwingung und natürlich wenn ich mir oben schwinge dann bin ich auch gesünder dann kann ich auch besser manifestieren dann gehe ich mit einer ganz anderen ausstrahlung raus als wenn ich unten bin was natürlich jetzt auch unser kollektives feld unsere ganze wirtschaftliche situation alles mit corona und so hat das ganze energiefeld sehr nach unten gedrückt also das heißt viele menschen sind jetzt da eher in der unteren ebene und es drückt sich natürlich im außen aus also mein leben gestaltet sich dadurch besser absolut weil die welt wie ein spiegel ist auf das was ich aussende beziehungsweise sie auf mich reagiert ursache entwirkung was ich ausstrahle kommt zurück früher hat man schon gesagt was du in wald reinschreist kommt zurück ich glaube allein aus diesen gründen müssten wir menschen uns viel vielmehr mit dem thema der aura oder auch unsere eigenen ausstrahlung beschäftigen du hast erwähnt du bildest dazu auch menschen aus beziehungsweise hast eine schule des lebens die diesen bereich auch stark integriert was kann sich denn jetzt ein mensch erwarten wenn ihr zu dir in die schule des lebens kommt und aura reading von dir lernt schule des lebens heißt bei mir ist es wie gesagt schon ganz wichtig mein wissen meine erfahrungen weiterzugeben auch therapeuten gern auszubilden auch junge menschen wo das auch für sich selber man muss nicht therapeut sein es geht wie immer gesagt haben für den alltag für den beruf ob ich jetzt anwalt bin oder verkäuferin ist vollkommen egal es geht um das dass ich mein umfeld besser wahrnehme und mich nicht mehr beeinflussen lassen von irgendwelchen ego themen also die ausbildung kann jeder machen ist mir ganz wichtig und wenn jemand therapeutisch das machen möchte begleite ich dann extra über den therapeuten status was man da alles beachten muss mir geht es bei der bei der ist bei dieser schule des lebens sehr schmal um das dass man sich selber wieder wann zu fühlen dann seine talente kennenlernen kann ich mir hell fühlen hell sehen hell war also die hell sinne was sind meine talente wie nämlich war das zu entdecken gemeinsam mit diesem schüler und dann geht es natürlich dran mit üben wie darf ich üben um auch eine gewissen gewissen level zu erreichen mit natürlich vertrauen in meine wahrnehmung das sind dann verschiedene blöcke wo ich dann anbiete das ist jetzt gerade in der entwicklung die schule des lebens block a block b block c block a ist einfach mal die basis dass ich mal weiß wie ist eine aura aufgebaut wie lerne ich eine aura zu spüren die verschiedenen themen und dann wird natürlich geübt und dann kriegt man wenn man zum unterricht kommt ist alles präsenz unterricht also kein online unterricht ich ich arbeite nur so in kleinen gruppen also die klasse statt die masse dann kommen auch fremde dazu wo man dann wirklich hin sitze darf und ganz neue personen also keine teilnehmer vom kurs sondern wirklich neu zugänge wo man dann auch schon üben darf also wird sehr praxisorientiert mit sehr mit theorie natürlich da geht es ums üben ums verstehen und ums vertrauen in die eigene intuition das ist die basis mal der schule also ich lerne mich als mensch ja auch besser kennen ganz klar die basis wenn ich mich nicht selber kenne und nicht selber mir vertraue in meine eigene intuition wie kann ich dann andere menschen lesen ist schwierig gleichzeitig erkenne ich aber auch mehr potenziale bei mir und bei anderen genau ich lerne mich richtig kennen ich lerne nicht meine erziehungsmuster was die eltern und ahnen aus mir gemacht haben sondern ich lerne meinen ursprungskern meine seelen aspekte noch mal den sinn des lebens und da zuerst mal an sich zu arbeiten das so die basis der schule und dann kann man darauf aufbauen wie weit möchte ich jetzt mich noch mehr im aura reading entwickeln möchte ich mal selber menschen das aura reading sozusagen anwenden als therapeut ist alles möglich nach oben aber zuerst mal geht es um die basis und wie gesagt ich habe sehr viel erfahrung und die schule des lebens wächst schon länger in meine gedanken ich habe schon sehr viele schüler aber ich habe noch keine schule weil ich gemerkt habe ich muss mich noch selber entwickeln in diese richtung wie ich als optimale lehrerin dann das wissen weitergeben das ist nicht so einfach wie ein kochkurs das ist schon nicht ganz ohne dieses wissen was doch auch sehr viel disziplin braucht für die einzelnen dann das weiterzugeben genau also ich kann auch menschen im vorfeld besser einschätzen absolut bei jedem bewerbungsgespräch egal egal partnerwahl alles da fällt mir nämlich das beispiel ein von dieser beliebten app wo du jetzt rumscrollen kannst und ganz viele bilder von vielen menschen dort draußen und du wählst diesen einen menschen aus um dich mit ihm zu treffen ja die kenne ich auch meine meine tochter kommt ab und zu auch sagt du mama wie schau mal da das ist mir nicht gerade in den kopf gefallen absolut weil da denke ich könnten wir uns viel viel ärger ersparen und schöne erlebnisse ersparen absolut weil man lässt sich halt blenden von den schönen menschen alle von der schönsten position das schönste das nur das beste nach außen aber wenn du dahinter schaust da kannst du auch natürlich bilder analysieren obwohl du den menschen noch nicht kennst kannst du schon mal ins feld gehen und die aura anschauen ganz klar also auch ein reing ist einfach das natürlichste eigentlich was wir menschen mitbekommen haben auf diese welt aber es wurde verkümmert es wurde überlagert es ist einfach erziehungsmuster durch die medien wurde es das ganz runter gefahren das ist in australien die originals die haben ganz normal das immer noch gelebt noch ganz lang mit ihrer mentalen verbindung mit der wahrnehmung und alles das wurde jetzt halt alles irgendwie die letzten jahrzehnte wurde das alles ja weggedrückt und es kommt jetzt wieder es kommt die alte zeit in die neue zeit die informationen sprießen wieder aus dem boden ja es war zeit ich denke auch und das natürlich auch dank dir ja ich gemacht kann ich sehe es als meine berufung jetzt auch noch als lehrerin zu fungieren die nächsten jahre und ich freue mich darauf mein wissen weiter zu geben weil es gibt so viele menschen auf dieser welt wo das potenzial auch haben und es gibt ja nichts schöneres als das wissen was ich jetzt in 40 jahren an menschen erfahren habe in der äußeren schönheit in der inneren schönheit dieses wissen dann wieder neue jungen menschen unter anderem auch weiter zu geben das ist ein ganz großer wunsch in mir dass da die neue zeit dann auch wirklich neue menschen herauswachsen lässt wo die welt mit mehr licht und mit mehr freude wieder verschönern das ist mir ganz wichtig du freust dich natürlich auf jeden ja natürlich genau jung alt alles jung alt alles jeder berufszweig aura ist für jeden wichtig schön gerade bei den berufszweigen so richtung dann architekt jura student der mathematiker die ja sehr zahlen daten fakten mäßig beruf sind hatte ich mir eher gedacht dass sie sich etwas schwerer tun in dem bereich schon ja aber die sehnsucht ist da die menschen spüren ja auch dass sie zu arg im kopf sind und das kopflastige weiß man ja auch das ganze zerdenken denken kostet auch sehr viel körper energie das darf man nicht vergessen je mehr ich ins gefühl geht desto mehr bin ich auch in meiner kraft das ist auch wieder bewiesen in der messung vom elektromagnetischen feld das zerdenken das macht die menschen zum teil auch kaputt gerade die berufe wunddenker und analytisch die sind ja abends die sind fertig die hocken nur vom computer diesen brett fertig ist wenn ich arbeite in meiner in meiner praxis ich kann 12 14 stunden arbeiten ich habe immer noch power weil ich im gefühl arbeite ich nehme sozusagen das ist das energiefeld um mich herum als wie akku also wenn man im gefühl ist wird man nicht müde wenn man mit der freude arbeitet und mit dem mit der herzensebene also das thema aura reading ermöglicht uns so so viel im leben von dem wir vielleicht noch gar nicht wissen können was es uns alles geben kann von dem her würde ich jedem dazu animieren sich auch wirklich auf die reise zu diesem thema zu machen und auch seinen umgang mal versuchen damit zu finden linda wenn man mehr über dich über deine praxis über deine schule des lebens erfahren möchte wo sehe ich das doch auf der homepage linda knab eingeben dann findet man mich auch noch ein paar andere interessante infos inzwischen im netz und sonst persönliches gespräch ganz unverbindlich kann ich jederzeit auch annehmen mal abends oder so bin immer offen für neugierige menschen wo noch fragen habe du bist ja auch total sympathisch dich kann man einfach anrufen danke natürlich ja das macht ja auch freude einfach mal unverbindlich telefonat ausmachen bei mir anrufen an der rezeption kann man anrufen bei uns meine damen sind da sagen dann abends noch 15 noten telefonat dann rede ich da ganz unverbindlich wenn doch was unklar ist also diese berufung liegt eindeutig in deiner aura du bist eine expertin in diesem bereich ja leider 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 ist die zeit wieder schnell vergangen ein so unglaublich spannendes aber auch großes thema wo wir jetzt versucht haben mal licht hinein zu bringen und wo ich dir auch ganz herzlich danke liebe liebe linda knapp dass du heute zu uns gekommen bist und uns einen einblick darin gegeben hast und ich hoffe dass es nicht das letzte mal war ich habe doch viele viele fragen kommst du wieder ich komme wieder ich habe noch viel zum erzählen gefällt mir schön glaube ich auch bayern ist schön schön ja liebe zuschauer das war seine das war eine neue folge bei time of change punkt tv und wenn ihr jetzt wissen möchtet was es noch für andere themen gibt zusätzlich zum aura reading zum wissen der neuen zeit seid das nächste mal unbedingt wieder dabei wenn es heißt wir drehen wieder ich bedanke mich bei euch für eure aufmerksamkeit wünsche euch einen schönen tag und freue mich auf das nächste mal vielen dank